Hi, mein Name ist Fritz Molderings und ich absolviere die Ausbildung im elterlichen Betrieb. Hi, ich bin Lutz Molderings und ich habe zusammen mit meinem Cousin die Meisterschule absolviert. Ich bin Michi Molderings und habe vor kurzem meine Meisterprüfung abgeschlossen. Und jetzt fahren wir zum Kunden. Ich bin Eugen Molderings und als Meister hier im Betrieb tätig. Und ich bin Clemens Molderings, Geschäftsführer der Firma Molderings Haustechnik GmbH, hier in Aldecker. Meine Kinder arbeiten hier, meine Frau macht die Buchhaltung, mein Schwager, alle packen mit an. Aktuell arbeiten sechs Familienmitglieder im Betrieb und unser Team Molderings besteht zurzeit aus 45 gelernten oder lernenden Mitarbeitern. Wir stehen zu unserer Arbeit. Über die Jahrzehnte hinweg haben wir gelernt, Qualität, Zuverlässigkeit sind das A und O. Wir arbeiten von Anfang an gerne mit groben Produkten, da wir in den ganzen Jahren so gut wie keine Reklamationen hatten. Die Produkte halten, was sie versprechen und funktionieren auch nach Jahren noch wie am ersten Tag. Mit den Professional Produkten und Grohe als starken Partner an unserer Seite sind wir bestens für die Zukunft gewandert. Digital Kunden GmbH Literatur Untertitelung des ZDF, 2020